Liebe Wählerinnen und Wähler, das Wahlrecht ist ein hohes Gut. Bitte gehen Sie am kommenden Sonntag wählen und entscheiden Sie mit darüber, wer in Zukunft als Oberbürgermeister in der Stadt Wetzlar die Geschicke unserer Stadt mitgestaltet und leitet. Ich habe dies jetzt 18 Jahre lang versucht, so gut wie möglich für die Stadt Wetzlar zu gestalten und würde mich freuen, wenn Ihr Votum mit dazu beiträgt, dass diese Stadt auch weiterhin in guten Händen bleibt.